Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dreamscapes The Sandman, wie es geht wieder weiter. Wir sind jetzt in dem Kopf dieses Mädchens oder dieser Frau hier. Yo, dann schauen wir doch mal los, was hier los ist, wollte ich sagen. So, alles klar, wir gucken mal hier gleich zu ihr. Ähm, aha, das ist der erste Teil von Lauras Traumfänger. Klick auf den Traumfänger, wie der erste Teil, das ist doch ein kompletter. Nehmen wir mit. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast das erste Teil von Lauras Traumfänger gefunden. Klick auf das Symbol des Traumfängers. Du musst alle Teile des Traumfängers sammeln, klick auf das Teil und zieh es an seinen Platz. Ach so. Ah, das wird als ganzer dargestellt, aber man kriegt dann immer nur einen Brocken davon. Der ist ja zerbrochen und wir müssen den jetzt wieder zusammenfügen. Und wenn wir den wahrscheinlich zusammengefügt haben, dann wird sie wieder aufwachen oder so. Ja, so muss es sein. Ich werde Stück für Stück zusammentragen. Komme ich jetzt wieder raus hier, hier, wenn ich unten klicke. Jetzt befindest du dich im Lauras Traum. Schau, jemand beobachtet dich aus einem Versteck. Klicke auf den Beobachter, hä? Ih, was ist denn das? Jetzt ist der Beobachter enttarnt. Klicke auf ihn, um zu neutralisieren. Herzlichen Glückwunsch. Einen von zwei Beobachtern an neutralisiert. Ja, da oben ist auch noch einer. Geh, pfui, du hässliches Viech, du. Ih, 118 übrig. Ah ja, da gibt es immer wieder solche Beobachter. Was machen die, die man nicht enttarnt? Ist das schlimm oder, oder? Ich weiß es nicht. Hier hängen Fledermäuse, glaube ich. So, dieser komische Schatten hier. Oder ihr Albtraum hat sie jetzt da irgendwie in diese etwas verfallene Kirche reingetan. Und was das hier ist. Was sind noch? Hier, eine Fledermaus. Okay. Was ist mit dem? Da können wir nichts machen, oder? Können wir hier auch scrollen? Nein. Was ist das da hinten? Na, da können wir noch hinlaufen. Okay. Ja, wir können jetzt ja, naja, wir können hier wieder die Fledermäuse verscheuchen. Ja gut, was ist das hier? Nix, okay. Wir gehen erstmal hier hin, nach rechts, vor dem hässliches Gesicht hier. So. Wer bist du? Bilde ich mir das nur ein, oder wartet er auf mich? Ja, keine Ahnung. Sag du es mir. Ich konnte Clowns noch nie leiden. Es würde mich nicht überraschen, in diesem Traum auf eins zu treffen. Na, warum immer mit den Clowns? Also, ich habe das noch nie verstanden. Ich habe keine Angst vor Clowns. Die werden nur immer irgendwie so dargestellt, als wären die richtig bösartig und weiß der Geier was. Eine Öffnung. Ich glaube, ein Teil vom Clown fehlt. Deswegen ist er auch böse, oder was? Ja. Gut, okay. Was können wir sonst noch hier? Ah, hier können wir was machen. Was ist das hier? Es hat keinen Sinn, mit bloßen Händen im Sand nach etwas zu suchen. Ach, warum denn nicht? Da haben wir was. Irgend so ein N. Oder was soll das sein? Da ist eine Pfanne. Ah, ne, ist ein Kescher. Jetzt sehe ich das. Können wir das nicht hier? Ein Stromkreisteil. Eins von drei. Kescher. Das war das, okay. Also, das ist wahrscheinlich ein Bereich hier. Ah, der Schnerz. Ein Beobachter. Es hat halt ausgesehen wie der Schnerz vom Harry Potter, ne? So, ja, die können überall versteckt sein, diese Beobachter. Und ich weiß halt nicht, was die überhaupt hier machen, oder warum wir die denn einfangen müssen. Da ist noch einer als Spinne getarnt. So, 106 sind noch da. Na, wir können da nichts machen an dem Clown. Dann sind wir doch in dem Bild so weit durch, oder? Da ist auch eine zerbrochene Sanduhr. Deswegen, ja. Es ist ja alles so ein bisschen surreal, natürlich, ne? Traumwelt, Gedankenwelt. Naja. Schauen wir uns einmal da links um. Da ist so ein Spiegelding. Was ist das hier? Was ist denn das? Eine Kappe. Und da steht was. Vertraue nicht auf das, was du siehst. Ich bin am Leben. Rette mich. Ja, das hat sie geschrieben. Und da ist noch ein Wesen, das uns beobachtet. So. Drei gibt es hier in dem ganzen Schauplatz. Was ist das? Eine Münze, oder was? Ne. Ach, noch eine Kappe. Was ist sonst noch was hier? Vertrauen hier. Soll das ein Witz oder eine Warnung sein? Ja, ich weiß nicht. Wieso, was heißt Witz? Warnung. Ach ja. Die sagt uns eigentlich nur, dass hier nicht unbedingt alles wahr ist, was wir hier eben sehen. Es ist eine Traumwelt. Da muss nicht alles wahr sein. Man muss sich mal vorstellen, sowas in einem Kopf vorgeht. Es ist ein Traum. Alles nur ein Traum. Da ist noch ein Viech. Ja, so ein hässliches Wurmviech. Ja, so. Und da muss ja noch irgendwo einer stecken. Wollen wir doch mal gucken. Ja, da blinkt es noch. Aber das haben wir ja schon gelesen. Da müsste noch irgendwo so ein Wesen sein. Ich sehe es gerade nicht. Vielleicht hier. Was ist das für eine Puppe hier? Vater aus Papier. Ah ja. So, und hier können wir Steine wegnehmen. Okay. Da ist ein Sieb. Ach, das können wir für einen Sand wahrscheinlich nehmen. Ach, das war es schon. Und hier ist noch eine Inschrift. Und da ist noch ein Viech hier. So, ich habe dich gefunden. Hässliches Viech. Dessine Sphäre Quier Intras. Ich kann leider kein Latein. Also, da muss ich passen. Das ist Lateinisch. Gib alle Hoffnung auf, wenn du eintrittst. Ehrlich gesagt ist das nicht besonders hilfreich, oder? Ne, besonders ermutigend. Ja, also die Schrift hätten sie ruhig irgendwie schneller, oder länger stehen lassen können. Nicht schneller. So. Okay. Können wir hier was machen? Äh, hä? Ja, muss ich das dann irgendwie stoppen, oder was? Wenn das richtig steht. Keine Ahnung. Was für ein seltsames Schloss. Einige Teile fehlen. Ach so. Ja, und also der nervig. Das radart hier rum. Wie, wie noch was? Ha. Lassen wir mich mal hier raus. Krrrrk. Also, das nervt. So. Ähm. Ja, mehr geht hier nicht. Warum blinkt das hier immer noch? Müssen wir hier noch irgendwas machen? Nö, oder? Ja, ich muss sagen, dieses Spiel ist tatsächlich wieder ein bisschen anders wie alle anderen so. Und ich finde es eigentlich genial. Das ist nicht nur so reines Wimmel. Das ist mehr wie so ein Adventure hier. Adventure sind ja auch genial. So, hier können wir jetzt was durchsieben. Jawohl. Ja, Sandkasten spielen. Ah, noch eine Kappe. Das war's jetzt, ja. Guck mich so. Okay, wir brauchen noch eine Kappe. Und was müssen wir mit dem, mit dem, äh, mit dem Fliegenfänger-Teil da machen hier? Schmetterlingsnetz. Ich geh mal da hin. Da ist ein Band. Ich komm nicht heran. Ich sollte einen Fahrstuhl zunächst hochholen. Äh, Fahrstuhl? Gibt's hier auch einen Lift? Ja, hier ist einer. Aber ich hätte es nicht gedacht. Was ist denn das hier? Das ist wahrscheinlich die Tafel. Da ist wieder ein Beobachter. Komm her, du ekliger Wurm. So, wir brauchen noch einen in dem Bild hier. Wo sollte denn der sein? Keine Ahnung. Ein heißes Loch, da können wir grillen, oder? Was ist denn das? Ich denke, meine Eigentümlichkeit von der Papa spricht, hat etwas in meinen Träumen zu tun. Ich kann meine Träume nämlich lenken. Gelenkte Träume, da sind Blümchen. Ist das was Wichtiges? Das war der 22. Oktober 1998. Also ist das eine weiter Tagebuchseite. Und da ist noch eine Kappe. Jetzt haben wir vier. Und was ist das hier für ein Grillplatz hier? Da unten ist es sehr heiß. Toll, ich habe so eine Gabel mal in einem Angelfilm gesehen. Warum liegt die wohl hier? Ja, weil du hier irgendwas angeln sollst oder gabeln sollst. Ja, müssen wir den hier draufsetzen. Das funktioniert hier nicht. Nee, äh, ah ja, da ist noch das andere Viech. Ich habe dich gefunden. Die haben wir. Okay, perfekt. Das kriegt man dann, wenn wir die ganzen Beobachter finden. So, und jetzt dann mal auf die Tafel hier. So, was ist das? Ah. Schlangenteile. Ah, nee, wir haben doch schon so ein Schaltkreisteil. Aber das Ding ist noch nicht komplett. Wir können hier eigentlich noch gar nichts machen, ne? Äh, zurück. Irgendwas fehlt noch. Tagebuch. Ja, wir haben doch den Eintrag schon. Ich kann das nochmal anklicken damit. Das ist nämlich Seite 4, nee, 5, oder? Ah. Nacht für Nacht, Traum für Traum. Erschaffe ich mir ein Traumland. Eine Welt mit vielen flauschigen Wesen, in der alle glücklich sind. Ja. Leider sieht ein Traum jetzt momentan nicht mehr so aus. Ich kann auch zwischen den Träumen, die ich hatte, wechseln. Ich muss nur die Tür öffnen und hindurch gehen. Ah ja, das ist die böse Welt hier. Ja, wohl, jetzt momentan funktioniert es nicht mehr so wirklich, ne? So, weiter geht's. Wir brauchen noch Teile. Können wir hier nochmal zurücknehmen? Wir können nicht mehr zurück. Können nur hier in dem Bezirch rum. Warte mal, sind die Deckel für die Tür hier vielleicht? Kann das sein? Das sind nämlich 4 Stück hier. Ah. So, und wie geht es jetzt hier? Muss ich die dann irgendwie anhalten, oder? Ah, man kann die ganz kurz anhalten. Man muss gucken, dass die alle dann überein... Ja, nicht so schnell. Ja, der stimmt noch nicht. Ja, okay. Perfekt. So, jetzt können wir hier rein. Da ist der komische Geist hier verschwunden mit ihr. Oh, er will sie begraben. Well, Laura, if you don't want to give me what I ask for, you will die, but be assured that your death will be long and agonizing. Hm. Lang und qualvoll. Ja, kann der sie jetzt irgendwie im Traum dann töten? Weil man hat ja oft schon so, wenn man so ein bisschen mal so Filme geguckt hat, oh mein Gott, er hat sie lebendig gegraben, ich muss sie sofort aus dem Grab befreien. Ja, man hat ja schon oft in solchen Filmen sowas gesehen, dass man im Traum auch sterben kann, sozusagen dann, ne? Oder in solchen virtuellen Reality-Filmen dann, ja? Ja, es ist ja gar nicht mal so abwegig. Wenn dein Gehirn dann denkt, so zeigen, dass du erschossen worden bist oder so irgendwie was, und ja. Ja, Laura Young, 1991 bis 2012. Hm. Sie ist dort lebendig unter dieser Platte, aber zu schwer um den Grabstuhl verbunden. Jetzt verstehe ich die Bedeutung von was? Jetzt verstehe ich die bedeutende Satz, ich bin am Leben, rette mich. So. Ja, das andere kann ich jetzt nicht mehr lesen. Scheinbar irgendwie fest. Ich kann sie nicht mit den Händen bewegen. Haben wir irgendwas zum... Ne, nicht wirklich. Ja, die Blumen hier sind aber auch hässlich hier. Die hängt den Kopf. Gut, wir müssen irgendwas besorgen, um sie daraus zu befreien. Was ist denn das hier? Das musikalische Schloss hat seinen Schatz gefunden. Das Friedhofstor steht offen, wenn in der Kirche die Glockenmelodie erklingt. Okay, wir müssen die Glocke läuten, dann passiert hier was mit Strom und dann ist das Tor offen, okay. Hä? Was ist das? Das Tor öffnet man nach einem Glockenläuten. Wie amüsant. Naja, wieso amüsant? Was ist das? Ringe. Was braucht man denn die? Da hinten ist noch, äh, aha. Eine Kneifzange. Und hier so ein... Das löst sich nicht, es muss vollkommen verrostet sein. Können wir da mit der Zange was machen? Nein, ich fürchte, das ist nicht ganz richtig. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich Rostlöser. Da ist das Friedhofstor. Ja, Noten, das ist schon der Hinweis eigentlich. Da ist der Strom, das ist ein elektrisches Schloss. Lange nicht mehr geöffnet, das ist ganz mit Sträuchern zugewachsen, okay. Äh, ja. Ja, wir wissen ja sowieso, wie es geht. Wir müssen ja die Glocke läuten. Was ist das hier? Nichts. So, hier ist aber... Ja, da kommen wir aber nicht weiter hier. Da brauchen wir irgendwas. Hat man kann nicht hier in dem Bild noch... Was ist denn... Ne, wir können nur hier längs. Da ist die Glocke. Was ist das da hinten? Oh, was für ein Glück. Das Ersatzrad und sogar noch ganz. Ich muss nur ein wenig aufpumpen. Ersatzrad, für was denn? Ja, nehmen wir erstmal hier das aubereteil weg hier. Wir brauchen einen Schlauch. Hm, alles hier ist auch recht schwierig. Ich muss den Schlauch von der Pumpe finden. Hm, hm. Was ist ein Lappen? Das ist ein... Ah. Ein Beobachter. Okay. Ich habe gerade nicht mal an die Viecher gedacht, die irgendwie... Ich würde das Rad ja gern aufpumpen, aber... Ich schätze, ohne Schlauch ist dies unmöglich. So, da ist noch ein Beobachter. Einer von zwei. Da ist noch einer hier oben. Da ist wieder der Schnatz hier. Jawohl. Abgeschlossen. So, die Tür hier müssen wir uns mal angucken. So, da ist so ein Rad hier. Okay, okay. Offenbar fehlt auch hier wieder etwas. Ja, vielleicht solche Ringe hier. Ja, das ist ja klar, dass wir nicht hier ohne irgendwas zu machen reinkommen. Da ist auch ein Türchen. Das ist zugerettelt hier mit einem Draht. Super, keine Schlöße, nur ein Draht. Aber womit kann ich ihn entfernen? Naja, einfach mit den Fingern abmachen oder... Naja, gut. Wir müssen nicht durchschneiden. Das ist zu viel verlangt. Ja, genau. Erstmal hier komplett durchschneiden. Okay, schauen wir mal, was wir dort haben um die Ecke der Kapelle. Peter Young. 1953 bis 2005. Da ist ihr Vater gestorben. Naja, der wurde 52 Jahre alt. Okay. Da ist ein Bild von ihm wahrscheinlich. Da ist ein Zeitungsartikel. Was ist das hier? Das Leben ist ein Traum. Wir alle wachsen eines Tages auf. Äh, wachen eines Tages auf. Ein Teil. Okay. Von irgendwas. Einer Brosche oder sowas. Ach, da ist es... Ne, das ist einfach nur ein Fresco oder halt ein Gesicht hier. Das ist wahrscheinlich irgendwie zusammenschieben. Oh, hier ist jemand. Wer ist das? Äh, das ist ein Kremlin. Den sollten wir nicht wecken. Na gut, machen wir es einfach mal. Ist ja putzig. Hey, wo bist du? Wer das wohl war? Ich konnte ich nicht richtig erkennen. Neuer Erfolg. Äh, Benny, den schlafenden Kremlin gefunden. Ich wusste doch, dass es ein Kremlin ist. Ja, äh, ja, gut, den Kremlin. So, da ist wieder ein Zeitungsartikel. Fahrt im Schlaf. Letzte Nacht ereignete sich an der Brücke ein Autounfall. Ein Auto, das einen Zusammenstoß mit einem Linienbus entgehen wollte, wich an den Brückenrand aus und fiel in den Schluss. Der Fahrer des Autos war sofort tot. Im Bus wurde niemand verletzt. Der Tode wurde als der 45-jährige Peter Young identifiziert. Er stammte von hier. In den Unterlagen des Toten fand man eine an seine Tochter gerichtete Notiz. Sie lautet, Liebe Laura, ich bin froh, dass ich dich von deinen Albträumen befreien konnte. Der Traumfänger wird dich beschützen. Bitte achte auf das Zeichen an dem Tag, an dem du volljährig wirst. Suche dir jemanden, der die Aufnahme durchführt. Dann wirst du ihn besiegen können. Ich liebe dein Papa. Ja, wer schreibt denn hier? Das sind die Zeitungen, die Notiz für sie. Das macht man doch nicht. Da ist noch was. Oder? Ah ne, wir nehmen das komplett mit. Und dann haben wir hier noch einen Hebel. In der Stellung wird man schnell lang. Ähm, Wagenheber. Was? Ohne Griff ist das zwecklos. Was? Wird einem die Zeit schnell lang? Was ist denn das für ein Deutsch? Äh, aber er wird von der Platte eingeklemmt, wenn ich doch nur einen Griff finden könnte, um sie abzusenken. Ach so. Die Platte. Haben wir irgendwas? Ne, haben wir nicht. Aber wir haben jetzt hier einen neuen Tagebuch-Eintrag. Seit, äh, das ist 15. April, äh, 2010. Seit dem letzten Eintrag in meinem Tagebuch sind mehr als fünf Jahre vergangen. Ich bin nicht sicher, ob es Sinn macht, es weiterzuführen. Ich konnte nicht nach Papas Tod nur schwer erholen. Äh, okay. Drum hat es dann längere Zeit nicht geführt. In meinen Träumen sehe ich oft den Friedhof, auf dem Papa begraben ist. Ich bin nicht mehr dort gewesen, seit ich unsere Stadt verließ. Sein Verlust schmerzt mich immer noch sehr. Oh, Papa, ich vermisse dich so. Du hattest nicht die Zeit, mir zu erklären, was all diese Dinge bedeuten, die mir im Kopf herumschwirren. Ich habe das Gefühl, dass dein Tod kein Unfall war. Ich verspreche, dass ich eines Tages zurückkomme und dein Grab besuche. Wer ist das? Ist das ihren Bruder noch? Die hat einen Bruder? Hm, interessant. So, das können wir nur nicht erfüllen. Auch wieder ein paar Seiten dazwischen. Okay. Aber hier steht doch... Da stand 45. Aber das, wenn ich das hochrechne, das sind doch, das sind doch, das sind doch mehr. Das sind doch 52 Jahre. Hier ist der Name Young eingeprägt. Ich schätze, das ist Laures Vater. Aber warum liegt er hier und nicht, hä? Nicht in der, neben der Kapelle. Ist da jemand Besonderes? Wissen wir nicht. Jetzt haben wir zwei von den Kreisteilen. Können wir das hier einsetzen? Okay, was ist das hier für ein komischer Mechanismus? Äh. Ich verstehe nicht. Okay. War es das schon? Das war einfach. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch wieder Schluss für heute. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr gibt es natürlich auch wieder beim nächsten Mal. Ihr könnt mir ja gerne einen Kommentar da lassen, ein Like und auch ein Abo. Denn nur mit einem Abo könnt ihr mich unterstützen und auch, dann verpasst ihr nichts mehr, das hier, was im Kanal vorgeht. Ja, und dann an der Stelle sei noch erwähnt, ich habe noch einen Discord-Server. Wer möchte, kann da gerne auch mal vorbeischauen. Trifft man ja auch immer wieder Leute, kann untereinander ein bisschen schwätzen und so weiter. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lego. Cool.